warum hat denn verdammt sie sich die ganze zeit ich glaube sitzen aufgrund das hat sich die ganze zeit an als wenn ein wieder frisst weiß ich nicht ich dachte du hast einen anker geworfen ja hab ich auch schrott genau schrott hatten wir auch noch das voll falsch so das bleibt das bleibt auch erst mal dann können wir erst mal das eben noch in den mühlschlucker drücken oder haben wir ja auch schon wieder ein bisschen was das auch deswegen so jetzt schauen wir mal 3 x 3 dafür 3 x 3 darf ich wage mich auf die insel okay und ich sehe da hinten schon ein perfektes wildschwein und ich habe den schatten von dem vogel aber gut das ist keiner der mich angreift das ist schon mal hier hätten wir auch wieder ein dodo wollen wir einen zweiten dodo brauchen wir nicht nicht zwingend so das wird klappen holz ist jetzt das wichtigste weil das boot grad holz schluckt als wenn es morgen verboten wird wer weiß vielleicht wird es das ja hier aus dem weg ziehe so verdammt ich brauche ich brauche plastik so ich versuche die mal systematisch abzuklappern mit sprache obwohl er überhaupt keinen plan hat so und da wollte ich ja eigentlich habe ich geplant ne mal wieder so einen reaction stream zu machen vor allen dingen weil am fünften dezember jetzt feststeht dass der trailer zu gta 6 rauskommt oder am sechsten fünften sechs ich glaube auf jeden Fall da wo ich arbeiten muss war ja klar 15 uhr weißt du sonst hätte ich so gerne gemacht mal gucken ich hab auch geplant dass ich so sonntag vormittag bei mir mal irgendwie so für reaktions oder sowas einplan guck ein paar kanäle habe ich schon angefragt ob die was dagegen hätten wenn ich auf die videos von denen reaktion mal gucken und dabei rumkommt du bist ja ein netter ja sicher ich hab einfach gemacht machen alle anderen auch nicht ey du hast steine zu werfen brennst du oder was was habe ich dir getan so dann schauen wir mal wie baum war das jetzt ich war hier nicht sonst immer ein wildschwein also hier schon also ich will mich nicht beschweren aber 3 1 2 3 dann das ding oder mach ich das so 1 2 3 1 2 3 find ich hier oben bäume ich weiß es nicht ich renne aber mal ganz nach oben das freut den anderen vogel batterie so und ich meine jetzt nicht schulde gott sei dank so da eine leitung her wird das eigentlich abhängen das wildschwein okay ich glaube nicht hin ui fast das boot kaputt gemacht dodo also hier werden sogar zwei dodos hier ist auch ein händler ganz oben an rooftop oh hier ist auch ein baum ein baum ich fasse es nicht das hat sich richtig gelohnt hier hoch zu laufen so give me the axe so her damit hier ist auch noch ein baum beim händler so keine angst keine angst viechers bald kriegt ihr euer gehege wieder war schöner hoffe ich ja mal gucken vielleicht baue ich da irgendwann auch nochmal wenn wir ja ein größeres deck bekommen ähm da auch nochmal ein größeres gehege hin na ich baue gerade schon ach so so mal kicken ja ich glaube händler bringt jetzt eh noch nichts so viel haben wir noch nicht ne ne Müllwürfel haben wir vor allen Dingen nicht glaube ich ich hab ein paar reingepackt zwei oder drei eben nochmal aber das 1 2 3 oh da hier kommen die hin jo so hier müssen die hin dann kommt hier das da Leitung da der dann 1 2 3 oh alter das passt aber die Arsch auf einmal alter wer das hier gebastelt hat alter der hat doch auch das kristalline direkt vom blech genommen oder ähm äh 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 so nein falsch rum gebaut schule 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 so dann dann oh mit welchen da hier eine Flasche 2 3 4 wie sie oh ich muss einmal ja ich hab Metallers gefunden hier oben irgendwo ich muss einmal runter kommen weil viel mehr kann ich gar nicht mitnehmen an Holz wo ist denn unser Floß da irgendwo im Wasser was ist da los auf dem Floß alles im Butter auf dem Kutter äh komm ich hier runter ohne zu sterben ich weiß nicht wo du bist von daher ich versuch grad hier aber theoretisch kannst du an der Wand langlaufen sag ich jetzt mal jep das mach ich auch gerade und wenn nicht kann schule mich ja aufgabeln wenn er Bock hat und wenn er nicht findet wenn er Bock hat ja tja du so das heißt ich könnte auch hier schon okay das ist ja noch besser muss mir das mal eben von der Seite angucken also das sieht schon impulsant aus wenn du dir jetzt vorstellst das jetzt überall ein Boot geht ja so ein bisschen schräg hoch so einmal rund rum und dann noch ein bisschen höher und so ey ich glaub das wird schon wird schon krass aussehen komm her du Hühnchen geh ich jetzt mal ganz stark von aus und das Lama ja sehr schön alle Viecher wieder drin boah dieser verfickte Drecksei amen amen Bruder so wie kriegen wir das denn hier mal ein bisschen symmetrisch das sieht ja mal richtig kacke aus das sieht ja mal richtig kacke aus hallo Marie noch so zu späder Stunde so so was haben wir hier noch das kann alles das kann nach oben das kann weg oh sheet ja das kann sich dann auch Schiff nennen das stimmt äh dann machen wir hier dann können wir theoretisch nicht reinfallen Hühnchen Alter zum Glück können die nicht ins Wasser fallen ja das stimmt das fehlte noch das wär übel ne so Mangos sind voll die sind voll das heißt das brauche ich alles nicht die Samen können weg die bewahre ich auf oh shit moment apropos ah doch passt machen wir mal eben so eventuell hier noch ein mit mal zwei ja braucht frisches Wasser ja achso ich hab nix mehr kann ich sagen wie oft soll ich denn noch den Knopf drücken das ist das ist wie mit dem Fahrstuhl der Fahrstuhl kommt nicht schneller ne ne und die Ampel wird auch nicht schneller grün ich sorge dir 50 mal auf auf dem auf dem Drücker heimat jetzt ist da doch schon Wasser hast du die gewässert grad was meine Palmen nö aber es regnet ja das macht Sinn hehehe so noch mehr Holz also geht's los oh shit here we go again hm ich werd ja könntest du doch mal bitte weg gehen du blöde Ziege Alter ich hallo ich platziere gerade so ich glaub da war jetzt ein Wildschwein da muss ich jetzt mal eben den Bogen auspacken da hinten ist es Alter ich zorn ich euch nochmal ein das ist halt die Frage sieht es mich sieht es mich nicht es sieht mich nicht jetzt hat es mich gesehen jetzt hat es mich gesehen das ist ein bisschen symmetrisch also irgendwie hey das war zu spät uh da hat es mich auf die Hörner genommen jetzt ist das Hühnchen im Weg ach dieses Drecksvieh ah ouch so der Kopf kann gleich wieder raus weiter geht's ich und mein Holz ich und mein Holz ich und mein Holz dann da Moment da passt das hin das heißt wir haben hier die beiden ist hier nichts mehr zum holzen oder was das ist so eine große Insel hier so äh was kostet nochmal so ein Sprengklar der Leck Kunststoff Schrottbolzen und Leiterplatte okay das hat sich jetzt mal überhaupt nicht gelohnt nochmal auf diese Insel zu gehen können wir gleich weiter oder wolltest du noch tauchen oder irgendwas äh von von mir aus kommen wir erstmal weiter Entschuldigung ja weil dann würde ich gleich weiterfahren weil da waren ja noch zwei Inseln glaube ich hier in der Nähe oder was heißt in der Nähe also ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen in der Nähe oh da oben ist noch Leiterplatte da ist noch Holz Kupferbarren Glibber ja so Sprinkler blub oh da ist auch noch was hervortragend alles mitnehmen wo geht ne so so das packen wir erstmal da hinten rein das war's dann da bin ich runter geschlittert beim letzten Mal also hab ich hier alles an Holz Oh Gott oh Gott oh Gott Na ich kann's eigentlich erstmal ich muss ja eh weiter fahren also müssen wir mal eben gucken wo muss ich hin so da ist das Ding wieder voll Batterie leer da müssen wir hin Batterie leer mhm 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 Glas Bisschen leicht Backbord noch Achso und dann wollte ich ja nochmal zum Technodrom eigentlich ne Machen wir nach der Insel nach der Insel gucken wir mal Technodrom Ei weil wenn das Holz da wieder rund rum ähm da wäre wäre das Hä so ok verarschen ich bin doch so ich hab doch aufgehört zu lenken oder nicht ich hab doch aufgehört zu lenken oder nicht jawoll äh das könnte passen äh kann ich hier irgendwo hin so also bevor ich jetzt wieder alles Holz verballer will ich euch mal so ein bisschen zeigen wo die Reise hingehen sollte und zwar gehen wir mal Wände technisch also wenn wir jetzt sagen ich dachte jetzt im Sonderzug nach Pankow nein ok dann nicht wenn wir jetzt sagen wir machen hier nochmal Wände hin so ne auf die Linie hier und hier auf die Linie zack dann kann man hier noch rumlaufen ne so ach ich würde natürlich bessere Wände nehmen als die oh ich bin wieder so dumm naja egal und dann natürlich wieder äh hier rum den Kram ne zack joa die Wände die Wände natürlich nicht am liebsten natürlich die guten Wände also schon dann äh die hier ne ne naja kann man die auch drehen oder sind die von beiden Seiten geil so die Wände die würde ich nehmen die sind teurer aber die würde ich nehmen oh oh man hat hier einen schönen Nudelauflauf gemacht ich hab heute gar nicht gekocht ich ging gar nicht weil ich ja noch arbeiten war und so äh bei mir gab es heute China Nudeln instant mhm auch schön ja bin ich ja immer für zu arm hast du nen Hund da? Gesundheit so was haltet ihr davon Chat? hier ne Wand noch ne hier kann man drum rum laufen einmal komplett ähm okay ja ich glaub das wird ganz geil aussehen natürlich nochmal vielleicht zwischendurch auch ein Fenster rein damit man raus gucken kann das war immer Planke wo krieg ich doch alles wieder? oh geil das heißt alles was ich abreiß krieg ich alles wieder ich dachte immer ich krieg weniger wieder hm ich hab jetzt auch gesagt du kriegst die Hälfte wieder warte mal was kostet ne Wand achso ne die Hälfte krieg ich wieder hast du recht ja oh als Beispiel jetzt hier nochmal auch ein Fenster hin auf der anderen Seite dann natürlich auch ne damit wir das schon mal so ein bisschen hm so hm ne dann wird das hier im Endeffekt die die Kajüte ne nicht die Kajüte man Kapitän doch Kapitänskajüte meine Güte komm Büsse haben wir da hinten das bauen wir dann alles noch um es wird halt ein richtiges Scheiße ne ne hier natürlich auch noch eine Tür raus ja das kriegen wir hin so ich hol mal ein bisschen Holz wir bauen nochmal ein bisschen weiter ja wissen wir wenn ich das alles ein nach außen setze glaube ich jo das ist besser ok so viel Holz war das schon wieder gar nicht ich glaube ich muss so ne ich muss so ne Palmfarm machen das bringt sonst nix hier ach allöchen Paper hm hm so hm ne das muss alles einbereiten so scheiße ja dann hab ich das auch bis zum nächsten Stream nicht vergessen gut dass ich das hier schon mal so hingelegt hab bin gleich wieder da jo hm 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 ja dbd können wir mal gucken also morgen Abend wollen wir auf jeden Fall wieder was zocken ob es dbd wird keine Ahnung wenn wir genug Leute sind eventuell jo ne ich weiß nicht den doch den überleg grad den Kanal bei mir müsste es da aussehen mit Spieler suchen ne oder da hab ich doch keine besonderen Rechte drauf ja Käse macht immer alles besser beim Auflauf Leute auf jeden Fall oh ah jetzt ja eine Insel und ein Vogel natürlich ach aber es ist gut ich brauch eh Holz ich hab grad wieder alles verbattert es ist unglaublich so gut ich kann auch mal die Nägel glaub ich wegpacken das ähm die hab ich ja hier für die neuen Streben gebraucht ne genau äh genau und dann bringe ich meinen ganzen Kram wieder weg dann kann ich mehr Holz dann so das ist gut Holz brauche ich auch Fleisch schläge 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 boah so das muss alles ein weiter das muss rein okay die die ist schon wieder fertig ja ich brauch also noch nicht ganz fertig ich muss unbedingt mehr ähm ähm Palm-Dinger bauen hier Die sind so schnell fertig gewachsen. Die sind so schnell fertig gewachsen.